Thema Druck grundsätzlich glaube ich ist im Fußball ja der Druck von dem gesprochen wird es ist viel künstlich produziert. Wir haben in der Liga nach wie vor sechs Punkte Vorsprung, sollten am Sonntag das Heimspiel gegen Fürth gewinnen. Dann bleibt es auf jeden Fall bei den sechs Punkten, sprich da ist jetzt in Anführungszeichen außer einer Niederlage, die wir nicht eingeplant haben und die wir nicht wollten und die wir auch nicht akzeptiert haben im Nachgang. Nix weiter passiert und in der Champions League haben wir bis heute alles gewonnen und heute ist ein Unentschieden gespielt, wo wir natürlich auch gerne einen Sieg mitgenommen hätten und auch das werden wir aufarbeiten, aber das jetzt auch noch nicht mal der Tage abends, sondern das ist jetzt Halbzeit eines Duells, was interessant war und auch ein interessantes Rückspiel verspricht und ich spüre jetzt ja natürlich, dass es die Saison ein bisschen mehr in die heiße Phase geht, aber ich bin immer eher dafür, für alle Parteien einfach weniger beschweren und beklagen oder diskutieren und urteilen außenrum, sondern einfach arbeiten und machen und Entscheidungen treffen und damit fange ich jetzt an mit der Entscheidung treffen, dass ich die Pressekonferenz jetzt beende und Richtung Bus gehe und das Spiel anschaue. Und damit sagen wir vielen Dank. Das war die letzte Frage. Gute Nacht und gute Heimfahrt allen. Ciao, ciao. Servus, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.